Mike-Check-One-Two. Oh, wir stehen sogar direkt zusammen. Sehr schön. Herzlich willkommen zurück zu YouTube. Und wir bringen gleich ein nagelneues Teil in diesen Generator an, damit es schnell geht. Ich hasse den Skiort übrigens. Könnte daran liegen, dass ich nicht Ski fahren kann. Könnte aber auch daran liegen, dass Runden auf dieser Map für mich mit 105%iger Wahrscheinlichkeit mit einer Niederlage enden. Das ist der Trickster. Achtung. Bleib mal hier stehen. Bleib mal hier stehen. Bisschen laufen, bisschen laufen, bisschen laufen, 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 laufen. Der hat uns nämlich noch nicht gesehen. Wenn wir das schaffen, hier versteckt zu bleiben, können wir gleich zusammen weiter. Ja, wirf, wirf die Dings. Wirf die um. Wirf die um. Genau. Sehr schön. Und jetzt renn, ich block ihn. Renn weiter, ich block ihn. Oder ich guck mir an, wie du auf die Mütze kriegst. Ist auch schön. Ja, der... Das Problem ist einfach, ich kenne die neuen Killer nicht. Das ist nicht schlimm. Das ist so ein kleiner Messerwerfer aus dem Orient. Im asiatischen, ja, Pop-Stil quasi. Na ja. Haupt... Hauptaugenmerk oder Hauptfähigkeit ist eben dieses Messerwerfen. Was du ja jetzt gerade gespürt hast. Sehr schade, wir hätten es fast geschafft, da wegzukommen. Aber egal. Wir kriegen das gleich wieder hin, dass wir zusammen ein wenig hier arbeiten. Ich hab ja nicht umsonst Beweise dich dabei. Okay, ich hab's tot im Gesang. Was hat er denn für eins? Äh, ein normales, natürlich. Ein normales oder ein brennendes? Ich glaub ein brennendes. Okay, dann... Ich hab's nur kurz gesehen. Wo läuft er dann weg? In welche Richtung? Äh, nach hinten zum Haus an. Okay. Kommt jemand dir helfen? Siehst du was? Oh oh. Da hat er den nächsten gewontappt. Hat er den... Er hat den geschlagen. Der war vorher nicht verletzt, oder? Naja. Naja, ich komme mal angerannt. Da ist auch kein Haken mehr. Da könnte es schaffen, sich was... Näh, näh, näh. Haken gibt's genug auf der Map. Du musst sofort wegrennen. Du musst sofort wegrennen. Ah, schuldig. Ja, da hat der Selti mal einen Hit bekommen. Aber kämmt der den jetzt? Ne, er will den Selti. Okay. Einen Pre-Drop? Ne. Hat er da mir den Weg ab? Auch nicht. Er läuft da unten. Du könntest jetzt abhängen. Ne, jetzt geht er wieder raus. Was? Was ist denn du für ein Halunke? Jetzt könnte man abhängen. Er geht den Umschlag holen. Aha. Da poppt Demon. Ah, ich sehe dich crouchen. Komm mal ins Haus rein. Schnell nach oben. Komm mal schnell ins Haus nach oben. Dann können wir uns gegenseitig berühren. Die heilende Berührung. Ja, 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 ja. Hier. Du darfst zuerst. Ja, ab und zu kriegst du hier auch einen Skillcheck. Wir müssen nur sehen, wenn er kommt, laufen wir weg. Wer hat Angst vorm Trickster? Niemand. Und wenn er kommt, dann rennen wir. Lauf an mir vorbei, wenn er wirklich kommt. Lauf. Ja, ja, das. Ist er unten drin? Ja, ja. Ja. Alles gut. Ich sehe ihn nicht. Wahrscheinlich taucht er gleich hinter mir auf. Nee. Komm her, komm her, komm her. Ich heile dich, der ist unten. Komm her. Er ist da außen unterwegs. Jetzt laufen sie erst ins Haus rein. Das geht entspannt durch, dich zu heilen. Oh, oder auch nicht. Lauf, lauf, lauf. Komm nicht durch. Lauf weiter, 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 weiter. Nicht, nein, nicht da. Du läufst ihm in die... Du läufst ihm voll vor die Mühle. Oh wei. Oh, oh. Ich muss definitiv mein Game. Lauter Stern. Oh, Gott. Richtig lost unterwegs heute. Aber immerhin habe ich dich fast einmal heilen können. Ah, hier gibt es vielleicht ein Medi-Köfferchen. Ich komme dich gleich nochmal holen. Aber siehst du, was ich meine? Runden auf dieser Map verlaufen für mich in der Regel schlecht. Ich heile mich einmal noch kurz hoch und dann komme ich dich abholen. Wir kriegen das hin. Ah, holt dich schon einer. Gut. Dann müssen wir jetzt nur noch schaffen, dich zu heilen und zusammen aus der Runde zu entkommen. Und dann können wir das als erfolgreich verbuchen. Ich komme am Maprand entlang zu dir gelaufen. Oh ne, der Trickster kommt da gelaufen. Achtung. Jagt er dich? Ja, der jagt dich schon wieder. Oh. Ja, da kriege ich dich nicht mehr gerettet. Da hat er dir eingeschenkt. Ja, da hat er dir eingeschenkt. Das kann man nicht anders sagen. Aber wo ist denn jetzt auch der gewesen, der dich hätte retten können? Der hat mich runtergeholt, aber... Er ist weg. Ja, aber nicht wirklich zielführend, würde ich mal behaupten wollen. Ich meine, der wird jetzt auch schon wieder gejagt. Hier sind nur lauter Gens, die schon an sind. Gehen wir mal zu dem hier. Klingt so, als wird da auch schon ein bisschen dran gewerkelt. Naja. Hm, ich bin ein Groupie. Wollen wir mal sehen, dass wir da ein bisschen wegkommen. So. Zwei tot, zwei noch am Leben. Wollen wir mal sehen. Drei Gens noch zum Machen. Ich gehe mal stark davon aus, dass... Hier... Ja, vielleicht wird das Lupen Gaming. Wir lassen mal Groupie noch ablaufen. Hm. Hab nämlich so die leise Befürchtung. Jaja, ich höre ihn schon wieder. Er kommt und läuft hier rum. Was macht denn der andere gerade? Hm. Wir sind nicht. Du könntest doch jetzt mal in mein Auge sein, bei dem anderen Spieler. Ach man, schade. Ah, er hat dagegen geschlagen. Schade. Und da vorne läuft er. Okay. Der andere hat einen Gen geschafft. Sehr gut. Hat damit auch die Aufmerksamkeit des Tricksters auf sich gezogen. Ist potenziell auch gut. Gut, wir haben halt aber echt noch anderthalb Gens zu gehen. Gut. Das ist schon eine sportliche Nummer. Das heißt, ich muss jetzt auf das Herz der Karten vertrauen und gleichen 90 Sekunden Jays mindestens hinlegen. Oder aber der andere. Oder wir teilen uns das. Könnten wir auch machen. Oh, ich hoffe mal jetzt, dass da hinten noch einer ist. Ja, sehr gut. Da hinten ist auch noch einer. Sehr schön. Also. Zeit läuft 90 Sekunden. Musst du jetzt noch durchhalten, Herr Kollege. Dann. Mal gucken, ob es klappt. Das klappt nicht. Schade. Oder hat er es echt nicht gecheckt? Er hat es echt nicht gecheckt. Hast du das gesehen? No way, dass das klappt. Aber no way. Das kann doch nicht sein. Sauber. Sehr cool. Jetzt müssen wir nur noch entkommen. Also. Zuerst mal noch ein Gen schaffen. Und dann den Ausgang finden. Und dann den Ausgang öffnen. Also es ist schon noch ein bisschen was, was wir machen müssen. Gucken wir mal. Kennst du das, wenn man so eine Fähigkeitsleiste oder so eine Fortschrittsleiste anguckt? Und sich ganz stark darauf konzentriert. Und dann das Gefühl hat, dass es schneller geht? Ja. Ich fokussiere diese Fähigkeitsleiste gerade so sehr. So, schauen wir mal. Ich will kurz, ob ich mal das Halsschmerzen nenne. Ne, nicht Halsschmerzen. Der Killer jagt mich gerade. Habe hier nix von Halsschmerzen. Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren. Was los? Er hat abgelassen von mir. Aber ich werde jetzt nicht wieder an denselben Gen zurücklaufen. Denn da wird er mich ja vermutlich vermuten. Komm schon. Der Chase meines Lebens muss das jetzt werden. Verzweifle ich. Aber wir versuchen es. Weißt du nicht, was der Plan von dem anderen Dude ist? Der stand da gerade im Haus rum. Komm schon. Wir müssen doch wieder an unseren großen Gen zurück. Jawohl. Und er hat ihn nicht gekickt. Glaub ich. Wir haben noch Chancen. Wir haben noch Chancen. Komm schon. I believe. Aber der andere spielt echt nur verstecken, ne? Trickster ist schon wieder on der Hand hier. Aber er geht auch wieder. Ist ein guter Trickster. Ist ein guter. Muss man ihm lassen. Wäre schon frech. Oh, jetzt jagt er den anderen. Jawohl. Time to shine. Time to shine. Komm schon. Und jetzt hat er Adrenalin. Das wäre gut. Also, da ist unser Ausgang. Jetzt oder nie. Der andere ist da vorne. Jetzt oder nie. Er hat ihn getroffen. Er killt ihn. Oh Gott. Wir werden es niemals schaffen. Believe. Nein. Die Nötzschelle kickt. So müssen wir es halten. Und dann versteckt gehen. Nein. Hat er uns gesehen? Er hat uns nicht gesehen, oder? Wenn wir hier in die Ecke gucken, sieht er uns nicht. Wenn wir hier in die Ecke gucken, sieht er uns nicht. Er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht, wenn wir hier in die Ecke gucken. Nein. Nein. Nein, mach mal nicht. Mach mal nicht. Ach Gott. Die springen auch noch. Mach mal nicht. Mach mal nicht. Mach mal nicht. Mach mal nicht. Nein. So knapp. So kurz davor. So kurz davor. Nein. 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 Stop it. Nein, du kriegst mich nicht an den Haken. Nein. Hör auf, mich zu schlagen. Ich unternehme jetzt einen Fluchtversuch und ich werde entkommen. Los. Nein. Es wäre so einfach gewesen. Es wäre so einfach gewesen. So schnell. Okay, dann mal so irgendwas. checs. ushi.